Da es beim Pfeffer ganz unterschiedliche Qualitäten gibt, möchte ich gerne einige Tipps für den Einkauf von Pfeffern geben. Als erstes und wichtigsten Tipp möchte ich mit auf den Weg geben, dass ihr bitte keinen bereits gemahlenen Pfeffer kauft. Denn die Aromen im Pfeffer kommen durch die ätherischen Öle, die in einem Pfefferkorn sind. Sobald ich dieses Pfefferkorn mahle, verflüchtigen sie sich. Und in lange gelagerten, gemahlenen Pfeffer sind keine Aromen mehr drin. Im besten Fall schmeckt er einfach nur scharf, weil das Piperin noch enthalten ist. Aber wie in diesem Fall kann er auch leicht muffelig schmecken. Und das liegt daran, dass man für gemahlenen Pfeffer meist die schlechtesten Qualitäten von Pfeffer nimmt. Eine andere Sache, auf die man beim Einkauf achten kann, ist die Größe der Pfefferkorne. Ich habe hier mal zwei verschiedene Sorten. Ein sehr, sehr kleines Pfefferkorn, das aus einer bunten Pfeffermischung kommt, die ich im Supermarkt gekauft habe. Und das große Pfefferkorn ist von einer Pfefferauslese aus Indien, die Tally Cherry heißt. Und der Unterschied, der die Größe macht, ist im Geschmack. Denn je größer das Pfefferkorn ist, desto länger durfte auch die Pfefferfrucht reifen. Und desto mehr Aromen konnten sich in der Pfefferfrucht bilden. Deshalb gewinnt hier die Größe. Also schaut, dass ihr möglichst große Pfefferkörner kauft, wenn ihr die Möglichkeit habt, in die Verpackung zu gucken. Worauf ihr sonst achten könnt, ist auf die Herkunft des Pfeffers. Wenn auf der Verpackung etwas steht, wie zum Beispiel Tally Cherry, das ist eine Region in Indien, oder Pondicherry, oder Kampot in Kambodscha, oder auch Sarawak in Malaysia, deutet das auch auf eine größere Qualität. Neben der Größe spielt mich auch eine Rolle, wie der Pfeffer angebaut wird. In diesen Regionen dürfen die Pfefferpflanzen in Mischkulturen wachsen und nicht in Monokulturen. Die Mischkulturen sorgen dafür, dass verschiedene Nährstoffe im Boden sind, dass die verschiedenen Gewürzpflanzen verschiedene Nährstoffe hineingeben und wieder herausnehmen. Und das sorgt im Endeffekt auch dafür, dass man einen aromatischeren Pfeffer bekommt. Sehr oft kommen leider die sehr, sehr günstigen Pfeffersorten aus Vietnam. Es ist zwar der größte Produzent, aber er ist auch sehr, sehr dafür bekannt, dass er vor allen Dingen auf Monokulturen setzt. Und die sorgen dafür, dass man Pfefferkörner näher hat, die einfach nicht sehr aromatisch sind. Wenn ihr jetzt noch eine Qualitätsstufe höher gehen wollt, dann könnt ihr zu dem sehr, sehr seltenen und dafür auch recht teuren roten Pfeffer greifen. Dieser rote Pfeffer ist im Endeffekt nichts anderes als der schwarze Pfeffer, der nur noch länger reifen durfte. Denn hier werden wirklich nur die ganz, ganz vollreifen Pfefferfrüchte genommen. Deswegen ist er selbst nach der Trocknung nicht ganz schwarz, sondern hat noch so eine rostig-rote Farbe. Und geschmacklich ist er wirklich sehr interessant, weil er sehr, sehr fruchtig ist neben der Schärfe. Also zusammenfassend kann man sagen, bitte niemals gemahlenen Pfeffer kaufen. Und achtet, wenn ihr könnt, auf die Größe und auf die Herkunft des Pfeffers. Und am besten einfach zu Hause eine Pfeffermühle bereithalten, sodass ihr dann den Pfeffer immer frisch malen könnt. Denn so habt ihr die beste Aromatik des Pfeffers. In diesem Sinne, bleibt neugierig!